und sich das überhaupt macht ihr bloß aus goldstuff ganz ehrlich eisen ist hier nutzlos willkommen zurück ihr kleinlobys bei minecraft war mit der guten nancy geeks gehört an meiner seite hallöchen und ich habe jetzt endlich mal das schöne eisen hier ab und ich höre schon wieder ein skelett neben mir genau für 63 das ist ganz schön weit oben muss ich zugeben ich gucke jetzt mal dass ich einfach einen geraden weg irgendwie nach unten bauer direkt so von mein haus aus unbedingt so viel schiss dass ich gleich sterben werde ja das ist halt krank das ist echt krank das ist halt so oder das ist ein creeper bei der schlucht die man da hat wenn ich hier runter geschossen werde dann ist vorbei wahrscheinlich nehmen wir doch mal andersrum eisen ich tue mal noch einen halben stack kohle da rein scheiß ich hab glaube ich ja ich habe acht eisen geil ich mache ich brenne mir auch gerade mein eisen ich brauche ein bisschen eisen naja ich will mir erstmal eine rüssi machen und dann alles was dann noch übrig bleibt oh hier ist auch noch eisen würde ich dann mit so in die opferkiste später packen ich baue aber jetzt erstmal auf die richtige höhe damit ich richtig form strip minen kann mach das erstmal so perfekt ja wir sind jetzt auf höhe 62 und das ist schon extrem weit oben weil wir sind ja ein bisschen auf dem berg und so und da findest du da brauchst du einfach gar nicht erst anfangen nee das war nancy's weg wo es mein weg nicht gebaut habe ich bob hier ich werde jetzt auch erstmal einen ofen basteln oder mehrere und dann würde ich mein eisen brennen und dann werde ich mir erstmal komplette rüstung machen ne rüssi neuer die hole ich mir dann auch gleich ab meine eisen sie hat erstmal ich hab erstmal schön einen koppel über mir gebaut anstatt die fackel hinzusetzen nöööp nööp pvp nööp pvp nööp pvp nööp ja wir waren schon langsam besser du warst langsam besser ob wir zur zeit wo ich so viel pvp mache ist das wirklich krass ich hab das Gefühl, dass ich mich auch verbessere ja klar das hat ja auch was mit Zwiebel CSGO das hat auch was mit Übung zu tun so, kann man raus oder ist es Nacht? ne, man kann raus, perfekt außerdem, warum gucke ich eigentlich rechts oben bei der Minimap ist auch die Höhe angezeigt also was dagegen, wenn ich den Baum hier ein bisschen abbaue? ne, ne oh ne, mach einfach solange ich nicht mein Haus wegreiße, ist mir das Wurmbach ne, ich versuche den Baum so weit wie möglich abzureißen ich würde mich, an deiner Stelle würdest du mich lieber brauchst du das jetzt halt, weil du das Haus machen musst ich brauche ein bisschen Holz achso du musst auf jeden Fall für deine, wir müssen auf jeden Fall Erinnerungen formen, deswegen ja, 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 ganz ruhig, wenn ich packe die Rüstung da rein ich packe mir nämlich, mach mir jetzt so schnell wie möglich eine Rüstung weil die Rüstung muss ja eh bei mir erstmal brennen danke Skelett, das war klar du kleines Mistvieh dankeschön, dass du gestorben bist ich habe vergessen das Holz mitzunehmen, Mann ich habe halt unerkehrende Rüstung, aber die holte ich mir jetzt gleich die müsste jetzt eigentlich gleich fertig sein so, zack die Musik werde ich jetzt drunter schneiden, weil man ist doch ganz cool, wenn man äh, äh, in Game ein bisschen mehr hört, irgendwie kann ich, ist es diese Spannungslevel ist irgendwie ganz anders weißt du? ja ähm weil du das Gefühl hast, du musst halt überleben und das ist halt extrem extrem krass ich habe jetzt erstmal eine Eisenhose und einen Eisenchest gemacht da weiß ich halt, dass boah, Alter wie wenig geben denn die Rüstungen hier? lohnt sich das überhaupt? lol mach dir bloß aus Goldstuff ganz ehrlich Eisen ist hier nutzlos ernsthaft? ich habe gerade eine Eisenchest gemacht, ne? mhm und merke wieso kriege ich so wenig Rüstungspunkte mit dem Eisen und jetzt habe ich mir äh, meine Goldchest wieder angezogen und ich sehe Alter das haut richtig ist dunkel, kannst du dich mal ins Bett legen oder so? ja, warte ich nehme noch kurz das Eisen raus so, jetzt liege jetzt ich habe auch 14 Herzen ähm ich habe erst 4, warum auch immer 4 mehr? 4 mehr, ja ja siehste, ich habe auch 14 dann auch 14, achso ja, nennen sie ja so, rechnet und so rechnet und so das ist meine Stärke eigentlich so, äh also das was soll ich dann mit dem Eisen machen? ich packe mal ein Eisenschwert in eine Opferkiste rein ich weiß es nicht Nancy, da fragst du den Falschen ok, dann wäre ich das ja ich denke mal das wird äh wahrscheinlich mehr wert sein wenn man das schon gecraftet hat, oder? ja oder nicht? läuft da draußen noch irgendwas rum was man töten kann? da läuft noch ein Skelett rum finde ich gut hey ich meine diese Fernkämpfer hier oh, der hat was gedroppt Muskel er hat Muskel gedroppt und hier hat er auch noch was gedroppt ein bisschen Knochen habste noch was? ne oh, warte mal ich glaube ich habe einen kleinen Fehler gemacht das werde ich auch gleich nochmal beheben wow, mega leck ähm und zwar ich habe Karotten ich glaube dann bau dir die mal an ja, 18 lasse ich hier und 18 packe ich in die Opferkiste kannst du mir auch welche abgeben? klar naja, dann baue ich jetzt auch noch Karotten an dann werfe ich dir mal einen neuen zu hier mega leck schon wieder boah krasser Shit danke schon wieder ein leck alter was ist los? leck ja, irgendwie ist es nicht gerade sehr stabil gerade habe ich auch gerade das Gefühl alter jetzt habe ich wieder 60 FPS das liegt aber nicht an uns ne wahrscheinlich nicht dann würde ich sagen dann mache ich das jetzt mal ganz anders dann gib mal Holz hier hier ok, habe ich nicht mehr viel ich weiß jetzt nicht wie das Eisenschwert war von der Stärke her muss ich mal gucken also ich habe jetzt erst mal ein Eisenschwert gemacht weil oh Gott, mir sieht das war das so ich glaube ich versuche mich erst mal schnellstmöglich da rein zu bauen weil ich höre schon wieder oh Gott, ich habe keine Pfeile dabei ich bob ich bin aber auch so ein kleiner ok, ich glaube einen Pfeil sollte ich lassen bei den lecks sonst sterbe ich glaube ich noch oh fuck kackt hmm oder ich trau mich in Freiheit aber ich wusste gar nicht, dass damals die Rüstung stärker war beziehungsweise schwächer Goldrüstung hmm keine Ahnung ich hole jetzt so einen Baum ab hier ich versuche mich gerade alter die lecks ich brauche nämlich auch Holz deswegen hole ich jetzt gerade so einen großen Baum ab wieso brennt das hier bei mir hier oben brennt's bei dir brennt's der Baum brennt wie der Baum brennt der Baum brennt kannst du da irgendwas gegen machen, dass er aufhört zu brennen ich habe keine Ahnung, was das soll ok ich habe jetzt einen Stein hingesetzt an dem Innenbrandpunkt lol ist das ein Scherz oder so? warum fängt das genau der Baum an zu brennen, den ich jetzt abholzen will der wollte mich noch trollen ok ich bin jetzt ganz oben ich muss jetzt machen wie bei den wie man es früher gemacht hat bei den großen ja, da gehst du hoch hörst Feuer und jetzt frag ich mich warum brennt der jetzt einfach? hat er sich spontan selbst entzündet? hat er keine Lust auf dich oder so? wahrscheinlich nicht wo kommt der Schuss her? von unter mir ok direkt mal zugemacht so versuchen wir nochmal schnell hier an das Eisen zu kommen oh das ist ein Creeper alter ich lobius ganz sachte und seidig schmeidig bleiben boah deadlags alter boah das ist ein Creeper bei mir lags erst gesagt auch ein bisschen also ich habe diese Standbilder ab und zu jetzt schon wieder so die Micro lags ne? ja dauern zwar nur eine Sekunde lang aber trotzdem sind sie leider da das ist ein bisschen nervt kann auch mal schnell eine kaputte Folge verursachen bei null Frames jup so siehts aus ich bin immer noch nicht ganz unten ja bei mir lags jetzt auch ab und zu alter das geht gar nicht ist noch jemand auf dem Surfer drauf? dann würde ich sagen nehmen wir erstmal die Folge zu Ende auf und dann äh kann man dann äh morgen oder übermorgen weiter aufnehmen erstmal sagen dass es der Surfer laggt oder so ja Grafikeinstellungen hellweit ich stelle mal auf normal aber Holz brauche ich so oder so und deswegen muss ich jetzt auch mal einen abbauen mach wohl Grafik V-Sync erstmal ausmachen das hatte ich schon wieder an Grafikeinstellungen V-Sync mach V-Sync immer aus aber trotzdem lagts naja machen wir uns nichts draus mach ich mir jetzt nochmal ein bisschen Eisen fertig ähm aber ich habe erstmal hier auf Fast gestellt das habe ich nämlich nicht Boah Alter ich guck mal was man sich hier so craften kann so White Blade White Scale was macht man wie macht man eine White Scale ein Diamant guck mal was Diamant Blöcken gibt es da noch irgendeine Möglichkeit Diamond Essence okay ich guck grad mal was man hier so alles craften kann Azurid Boy Azurid Boy äh Body Azurid Chunk Azurid Dragon Azurid Soul Boah da gibt es hier aber so geile Crazy Shit Man Crazy Shit Man Ender Sword Ender Sword Ender Sword Legendary Ender Eye Ender Stone Ender Shard LOL wo kriege ich jetzt den Ender Shard her? Kann man den irgendwie Krakenhelm ähm Kraken ich denke mal dafür muss man später Chamberstool was? warte mal kurz äh Krake Krake Krakenhelm kannst du einen Kraken beschwören oder? ja keine Ahnung ähm Kraken Scale kann man ganz einfach mit Tintensäcken machen wenn ich das gerade sehe das geht voll easy mhm also dafür muss man mhm boah damage reduce jump höher in Diven Stone Diven Shard Alter wo kriegt man den ganzen Stuff her? boah hab ich keine Ahnung mal kurz bei ganz Standard Minecraft Stuff hier kann ich mir mal kurz angucken obwohl da steht nichts wieviel schade Muskeln Herz Blutbucket Glowstone Essence Glowstone Essence Glowstone Essence 64 durch 2 sind 32 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 5 6 6 7 7 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 11 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 16 20 mhm Eisen pack mal da hin So, mal schnell einbauen, wenn wir nochmal schnell ein paar Fackeln bevor ich mich da hinunterbegebe Ja, ich habe mir jetzt meinen Weg so gebaut, dass ich nur noch den Weg hoch und runter laufen muss Ja, ich auch, ich bin aber gerade Ich habe alles andere zugebaut, dass ich mich nicht verlaufe oder irgend sowas, weißt du? Ja, ich bin aber bei mir gerade direkt unten in der Schlucht Und ich fände es jetzt nicht so geil, wenn ich hier irgendwie runter Leck Oh, ich sehe deinen Namen da hinten Hallo Nancy Ja, so weit wechsel werden wir gar nicht sein Ich höre auf jeden Fall Wasser Bau dich in meine Richtung Bist du direkt neben mir oder was? Gefühlt, ja, ich glaube wirklich Ich baue mich mal ein bisschen mehr nach links, so, jetzt gleich mal Ich höre direkt auch hier als Zombies Von mir aus gesehen so Richtung Ist Kohle wertvoll? Für Erinnerungen? Keine Ahnung Ich pack es auch einfach in die Kiste Ich habe jetzt bestimmt ein Stack Kohle in die Kiste gepackt Es steckt man schon, dass das wertvoll sein wird Ist eigentlich ne Idee Ich glaube das werde ich jetzt auch gleich nochmal tun Weil Das ist ja für die Sonntagsfolge Und daher Wieso die Sonntagsfolge? Weil bei mir ist es schon die Sonntagsfolge Die war gerade auf Wieso? Du hast doch heute Hä? Ich habe für Mittwoch noch Material Ja, aber du musst doch vier Wochen, äh, vier Folgen die Woche bringen Ja, habe ich, mache ich doch Okay Komisch Ich würde gerne runter in die Flucht springen Okay Habe ich dafür Zeit? Äh, wir sind bei 17 Minuten, also wir müssten eh gleich aufhören Ne, du spring dich nicht runter Noch nicht jetzt Ey, du scheiß Skelett, ne? Schieß mich nicht ab Geh mal zurück und pack ein paar Sachen in deine Kiste Ja, ganz ruhig Alles mit der Ruhe In der Ruhe liegt die Kraft Naja, eine anderthalbe Minute Ist doch Ich guck jetzt, dass ich noch was dir geben kann Und dann Brauchst du nicht unbedingt Passt alles So, ich hoffe das hängt sie jetzt nicht die ganze Zeit auf mit diesem Leck Hast du Holz? Ja Leg dich mal bitte in dein Bett Ja, chill, es leckt Ja, ich will nicht überziehen Also ich muss jetzt aufhören gleich Ich kann nicht schlafen Ja Und pack deine, noch ein paar Sachen in deine Kiste Also ich muss an der Stelle aufhören, weil wir sind bei 19 Minuten und ich überziehe sonst Ähm, so Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis dann, tschüss Tschüss Bis dann Leute, tschüss Okay Tschüss